Ich bin halt die mysteriöse Off-Stimmen und wir machen die, ich nenne sie die Wasser-Challenge. Sehr kreativ und zwar trinken unsere beiden Genossen hier einen Schluck Wasser, den sie, also sie schlucken nicht, sie tritten in den Mund. Können sie jetzt mal machen und zwar schön toll machen und dann geht es schon los. Wir haben einen Verlierer. Es geht halt darum, nicht zu lachen und das Wasser nicht zu schlucken oder halt abzuspucken. Das ist die Devise. Nein, es ist zu spät. Jetzt gibt es keine weiteren Erklärungen mehr. Wir legen los. Kommt ein Mann zum Fleischer, sagt der letzte Metzger. Ich hätte gerne einen Stierhoden. Der erwidert mich auch. Was ist das für ein Nommenscheiß? Oh, da kam schon der erste Tropfen. Geht ein Reh zum Arzt? Herr Doktor, ich habe schrecklichen Haarausfall. Herr Doktor, ich überreise sie in die Reha-Klinik. Was sitzt auf einem Baum und schreit, aha, ein U mit Sprachfiguren. Der ist so sinnlos und so unlustig. Was ist braun und schwirrt beim Essen? Hitler. Das wäre etwas Sinn und so etwas zu verraten. Was ist so你想 am Essen, dass sie noch erheben? Wie gut war es? Ich bin mir der Stadt von zusammen. Das ist jetzt ein Erachter. Was war ein Kind, denn? Anfänger, ich bin mir der. Ich bin mir der. Ich bin ein Ei. Ich bin ein Problem. Ich bin mir der. Ich bin ein Ei. Okay, geht der Mann zum Urologen, sagt der Urolobe, sie müssen aufhören zu onanieren. Wollte man ja warum denn? Damit ich sie untersuchen kann. We have a winner now. Das ist so stumpf, was es braunisch heißt. Ich verstehe nicht. Oh Gott, Wissenschaftler haben herausgefunden und sind dann wieder reingegangen. Das war tatsächlich nicht schlecht. Ich habe ein Brötchen angerufen, aber es war billig. Kommt der Dünnschiss vorbei und zieht zwei Kacklose dein Auto klauen. Mag der Dünnschiss? Kann ich mitmachen? Sagen die beiden anderen, nee, das ist nur was für harte. Aber du kannst seit der Ecke Schmiere stehen. Schmiere stehen. Das hat mir jetzt den Rest gegeben. Wäre nicht besser, ich bin noch gleich gewundert. Wie heißt dein schwedischer Türsteher? Lass so rein strömen. Ist das gut? Sehr gut. Kommt, ich dachte, wer wäre es jetzt? Mann! 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 GAMETIME Untertitelung. BR 2018